Hit Radio RTL Hit Radio RTL immer noch auf der Suche nach Enanduela und wir lassen wirklich nichts unversucht, um Enanduela vielleicht davon zu überzeugen, zurückzukommen zu ihrem Herrchen, zu ihrem Frauchen oder vielleicht zu Gerd. Wir haben nämlich einen Single Nandu gefunden, der an Enanduela stark interessiert ist. Und wie der Gerd sich so verhält, das guckt sich die Amelie jetzt mal an. Neben mir steht die Petra Hofmann vom AWO Pflegeheim Kossebaude. Und vor mir stehen zwei, wer seid ihr? Das ist Fritz. Und du? Kuni Gunde. Und hier vorne ist der Gerd. Ich habe ihn mir ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt. Frau Hofmann, wie groß ist denn der Gerd jetzt? Ich schätze mal 1,50, wenn er sich richtig lang macht. Stattlich kräftige Beinchen hat er schon. Er sieht auch ziemlich stolz aus. Ist das jetzt schon Balzen? Wir haben ihn ja von weiten Rufen hören. Das ist der Balzruf. Die rufen ungefähr von Ende März bis Juni, wenn es lange dauert in der Balz. Aber er ist ja jetzt nur ganz alleine, ne? Ja, aber trotzdem, das Balzgeborene ist da. Wir hätten da jetzt ein schönes Weibchen für ihn. Der wird sich sehr freuen, denke ich mal, dass er nicht mehr hier mit Kuni Gunde und Fritz sich das Lager teilen muss. Es wäre eine E-Nanduela. Ja, ich habe gehört. Jetzt sind wir halt noch auf der Suche nach der E-Nanduela. Und was passiert dann, wenn wir sie bringen würden? Dann darf sie sich hier auf dem Gelände mit zu Hause fühlen und wird von uns mit versorgt und betreut. Sind Sie denn auf Nachwuchs eingestellt? Natürlich. Was macht er denn normalerweise? Ist er den ganzen Tag hier im Gehege? Ja, ja. Er ist den ganzen Tag hier im Gehege läuft. Hat ja seine Wege sich schon getreten, wie Sie sehen. Und viel gekackt, wie ich wahrscheinlich dann nachher noch riechen. Ja, ordentlicher Haufen. Die kommen schon hinten raus beim Nandu. Das sollte man wissen, wenn man sich welche kauft. Okay. Also er ist jetzt gerade in Balzstimmung. Er würde sich auf ein Weibchen freuen. Auf Nachwuchs ist man eingestellt. Kann man ihn streicheln? Ich habe jetzt gerade meine Hand hingehalten. Und ihn locken. Aber jetzt ist er erst mal ein bisschen distanziert. Tiefer. Ich habe es ja gehört vom Weibchen. Ja, das machen die eigentlich nur, wenn man sich bedroht fühlt oder irre wie erkennt. Das bin ich. Aber jetzt guckt er schon ganz aufgeregt. Haben Sie es gesehen? Ja, ja. Mirko wird unterdessen angemacht von einem Ziegenbock. Er ist wahrscheinlich auch prünftig und kackt nebenbei, während er an dir riecht. Ob das was zu bedeuten hat? Den können Sie streicheln. Da geht doch mit Ihnen spazieren, wie Ihr Hund. Oh, das ist Plastik. Du willst es auch noch? Ah, ja. Ah, diät. Radio upside. Ready? Ready? Tem artist dos